und ein wunderschön herzlich willkommen zurück zu call of doom episode 1 letzte map die boss fight map die letzte map der shareware version von doom damals 1993 ich weiß das noch als gestern nein laden bin laden tja ich bin mal gespannt wie die map ich habe die map hier ich habe allgemein tun also noch nie mit call of doom durchgespielt ich frage mich wie der boss jetzt wird er wird auf jeden fall laut so viel schöne munizierung so hier noch mal schön extra leben okay wir haben bereits über 200 danke dafür immer schön herkommen danke dafür so hier war bloß ein bisschen langweiliger munition hier haben wir noch langweiligere munition und damit geht es direkt zur boss fight holy moly warum ist da was hä ok oh haha ähm scheiße ach alter ach das wird immer in drei richtungen schießen müssen diese verfickten fecker ja meine fresse boah ey das kotzen wir auch noch so wir müssen erstmal diese fecherleiten loswerden ähm die frage ist nur wie ich weiß gar nicht wie ich das machen soll nö weg hier kommt ja aber direkt verkackt was was war das denn gerade okay wir müssen irgendwie erstmal die ganzen äh pinkies da weg pinkeln ja so ungefähr so jetzt mal alle herkommen dankeschön hätten wir die schon mal erledigt alter wie ein schuss von ihnen ausreicht ich glaube das nicht ähm ich würde gerne zu allererst mit der feste hinten loswerden ungefähr so wo denn alter okay den cut beschäftigt wobei auch immer was machen die da gerade ach lol nein nicht nur wieder lasse er mich in ruhe die schießen auf alter na ich sag's ja boss fight hier ist echt scheiße komm wir gehen mal direkt aufs ganze hier wow oh komm die hat immer noch leben weg hier das problem ist halt die schießen halt extrem schnell und der raum ist hier halt sehr beengt das ist das problem dabei jawoll geht doch und dann muss halt erstmal ne dann musst du dir schon erstmal klarkommen so wie wie war das jetzt hier hä konnte man hier nicht irgendwie durch moment schon mal wie war denn das ach hier hä ach nee da konnte man hier zurück verstehe dann schreibt jemand an so dann haben wir noch mal schnell ein bisschen munition ein hier und dann gehen wir mal rüber in die nächste map ja die map hier war natürlich wieder ein bisschen kurz ne war ja klar ist oder ist ja klar ist ja ist ja ich denke mal da hat niemals was anderes erwartet so dann haben wir wieder schön munition naja so sieht das halt geil aus guckt euch das an okay mal ein bisschen zeit hier nach munition zu gucken was geh mal hoch hier so halt stopp naja bloß ein bisschen shotgun immerhin haben wir ja verbraucht ne medikit haben wir da brauchen wir keine mal ein bisschen mal ein bisschen mal ein bisschen na dann ab ins ziel ab ins ziel wie langsam so und damit change map äh gehen wir nach e2 m1 schönes ding schönes ding okidoki na dann jo war eine kurze folge war klar ne die ersten maps sind die letzten maps na gut also die letzte map ist nur bei der ersten episode so kurz aber die ersten maps sind ja sowieso mal ein bisschen kurz und äh ja von daher bis nächste folge bis morgen oder bis heute meint es je nachdem dieser scheiß Köder draußen tschüss tschüss